Verdammter Mist! Ja, das kriegen wir hin. Machen wir das. Auf dem Highway sollte das kein Problem sein. Ich bin natürlich nicht auf dem Highway. Ähm, ja, 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 ja. Ich fahr einfach mal rückwärts auf den Highway drauf. Ich glaube, das ist die beste Möglichkeit. Äh, was heißt denn rückwärts? Da. Hallo. Da lang. Und dann irgendwo da drauf. So. Dann so und... Ja, da kommt gleich noch eine Kurve. Deswegen... Oder? Kommt da eine Kurve? Ja, da kommt irgendwo eine Kurve. Schafft der überhaupt 270? Ja, doch. Sollte aber. Ja, schaffe ich eh noch nicht. Boah, was, Mann? Eine kurze Berührung und die Karre ist weg. Ja. Ach, nee. Da ist die Kurve. So, nach der Kurve gehen wir Vollgas. Jetzt. So. Nur 30 Sekunden. Das sollte schaffbar sein. Ein bisschen Konzentration. Meine Fresse. Es ist Sonntag. Da darf nicht so viel Verkehr sein. Das ist verboten. Oh, war über 270. Oh, la, 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 la. Wir haben es gleich geschafft. Jetzt darf nur nichts passieren. Ja. 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 Wir haben es auch geschafft. Knall. Ja, danke schön. Arschloch. So. Ja, die andere Mut... Ja, also. Ich also nie. Vor allem diese 200 Objekte in 60 Sekunden, das ist... Das heißt, pro Objekt weniger als 0,3 Sekunden. Da muss es irgendwo eine spezielle Strecke geben für, das glaube ich. Wo ganz viele Objekte sind, weil sonst schafft man das ja... Nicht. Ach nee, wie kann man da hin? Hier sind Objekte, ja, aber 200 doch nicht. Guck mal. Guck mal. Boah, was? Oh, nee, hier ist nichts... Ach nee, ich hab nichts. Nee, das ist nicht motivationsfördernd. Ich mach was anderes. Ich mach gelbe Missionen. Alle erst mal. Und dann gucken wir mal weiter. Wenn dir das Rennen... Oh, nee, war gar nicht. Oh. Ah, immer dieselben. Ihr seid doch verrückt. Wenn ein so gefährlicher Mann einen Job anbietet, sagt ihr ja, dann rennt ihr weg. Du dachtest doch, ich wäre witzig. Du bist ein Vollidiot. Und ich muss das Rennen gewinnen, um euch zu retten. Wieder. Aus dem Weg, bitteschön. Lass das Reden den wagen. Och, wie viel sind denn hier? Du kannst einen anderen nehmen sollen. Wen kümmert's? Hallo, Penner. Man, Tuss, hier gibt doch mal... Meine Fresse. Frauen im Verkehr. Kann man doch wieder hier im Spiel nur... Der Kopf so schön. Ich bin doch nicht mehr in den Pagani gefahren. Oh, mach mal das. Oh. Mann. Scheiße, ich bin doch in den Pagani gefahren. Super Tanker, fett. Der fährt sich aber wirklich scheiße, der Wagen. Ich hab Schlimmeres überlegt. Och, Mensch. Och. Ich muss nur Erster oder Zweiter werden, meine ich. Kann bis zur Hälfte der Strecke. Danach auch nicht. Na ja, ich bin Achter. Das ist noch weit verfehlt bisher, würde ich sagen. Oh, hier hat sie kracht. Aus 8 macht 6. Aus 6 macht 5. Aus 5 macht 4. Aus 4 macht 3. Und dann macht 2. Und dann macht Crash. Und dann macht 8. Verdammt. Oh, nee. Also ich hasse diesen Wagen. Jetzt halt hier in diesem Spiel. Den kann man nicht für unter der Patrolle halten. Ja. Immer noch auf dünnem Eis. Dritter. Oh, lecko mio. Verdammte Angst. Alter Penner. Achso, der Penner. Meine Fresse, das ist ein Wagen. Welcher Penner hat den denn gebaut? Ha, ha, ha. Ich sehe hier übrigens gerade 200 Objekte, die man in 60 Sekunden kaputt machen kann. Die gewinnen. Nein, wohl nicht. Oh, klar. Ach, ich bin gar nicht erster. Habe ich ja gar nicht gesehen. Mann, Mann, Mann. Jetzt bin ich aber erster. Ja. Du hast gerade John Tanner gesagt. Hast du Alzheimer oder was? Oh. Ich will nicht Zweiter werden. Ich will schon Erster werden, ja. Wir kommen dann noch vor uns. 23 von 28. Das ist ja gleich geschafft. Wenn ich durchkomme. 24. Noch ein bisschen, John. Noch ein bisschen, John. Tenner noch was und wir... Habe ich mich verhört? Nein. Nein. Nein, 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 nein. Nein. Da vorne ist das Ziel. Ey, wie immer passiert man immer kurz vorm Ziel. Das gibt's doch gar nicht. Na ja, dann werde ich halt Zweiter. Das passt mir auch ganz gut. Ah, fast. Na ja. Es wäre schön gewesen, wenn wir das gewonnen hätten. Hey, wir haben einen Haufen Kohle gemacht. Sei froh und geh aufs College. Na klar, Tenner. Hals, Maul. John. Ach nee, wie hieß der? June? Keine Ahnung. Boah, Rennaktivitäten freigeschaltet. Jawohl. Dann machen wir die doch erstmal. Ich hatte zwar die langem Schnauze voll von Rennen, aber... Wir machen alles. Och, es gibt noch mehr Autos, als in der Werkstatt verfügbar waren. Das ist ja geil. Ein Gallardo LP 654. Das gefällt mir doch manchmal. Das gibt... Oh, 65... Fünf... Oh, oh, oh. 65.000 Willenspunkte. Teamrennen. Na, was soll's. Für den Gallardo mach ich alles. Fast. Alles. Ich glaub, mit dem Ruf haben wir eine gute Chance hier. Boah, der geht aber ganz schön ab, ey. Leco mio. Na ja, gucken wir mal, was wir so rausholen können. Fahrer B ist schon Zweiter. Das ist sehr gut. Uh, nein. Oh. Oh. Ui, das war... Ach ja, und Fahrer B crash. Das ist natürlich wieder ganz klasse. Wie viel haben wir denn jetzt hier? Fünf von 16. Das ist ja auch nicht ganz so lang. Nein. Es musste passieren. Es musste einfach passieren irgendwann. Jetzt ist der auch noch Förter, der Penner. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Nö. Wie gesagt, ich hab keinen Führerschein gemacht. Ich erwähnte es bereits ein paar Folgen vorher. Mann. Vor allem ist der Penner nur noch Förter. Da müssen wir mal jetzt irgendwie den auffalten. Gucken wir mal, ob das geht. So nicht. Gucken wir mal, dass wir den irgendwie wegrahmen können. So nicht. Boah. Huch. Man sieht aber auch nix hier. So, wie viel haben wir denn jetzt noch? Oh, er ist Zweiter. 13. Diese Unglückszahl. Nein. Er ist Erster. Zweiter. Nur noch zwei Jackpoints. Das schaffe ich, das schaffe ich, das schaffe ich, das schaffe ich. So. Nein, 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 nein. So knapp, so knapp. Neustart. Das muss zu schaffen sein. So, der Start war definitiv besser. Das gibt es doch gar nicht. Jetzt sind die beiden Penner noch vorne. Ja. Also, das ist eine call. Also, das kann man, wenn ich kenne. Doch, aber bitte. Das ist, was ich mir so schnell. Und das ist, wie viel mit der Lunge. Ich bin mehr so schnell. Mann, 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 Mann. Der gibt... Oh, der bremst ja voll ab. Ich wollte ihn schön wegrammen. Och, wen haben wir denn da vorne? Gucken wir mal, dass wir die jetzt ein bisschen Schach halten können hinter uns. Ey, der gibt aber auch überhaupt kein Gas. Was ist das denn für ein... Ha, ha, ha. So. Der will sich wieder als großen... Meister hier aufführen. Der kriegt gleich einen Stoß von hinten. Der kriegt gleich einen Stoß von hinten.